Hey, du arbeitest in der Montage oder bist in Betriebnehmer, hast Lust auf einen feurigen, abenteuerlichen Beruf, der dich um die ganze Welt führt? Oder du bist Ingenieur und willst an spannenden und internationalen Projekten mitwirken? Dann bleibt dran! Aktuell suchen wir vor allem Mitarbeiter in der Montage sowie Ingenieure und Projektleiter für unsere Industrie aufwohlen. Ich würde sagen, dass ich mit der Riethammer in fast jedes Land gekommen bin, Indien, Amerika, Thailand, eigentlich schon überall gewesen. Bei uns gibt es 30 Tage Urlaub, wir haben flexible Arbeitszeiten und können von überall aus mobil arbeiten. Das Betriebsklima ist wirklich super familiär, man unterstützt sich gegenseitig, das ist wirklich ein tolles Team. Du stehst jeden Tag vor internationalen Herausforderungen und es ist wirklich die Abwechslung frei. Also hier wird es ganz bestimmt nicht langweilig. Riethammer ist eine internationale Firma. Wir haben Pläne überall in der Welt, so dass du immer neue Kulturen und neue Pläne kennst. Ja, für so einen Ofeneinbau bin ich schon mal mehrere Monate auf Montage unterwegs. Ich bin seit über 20 Jahren dabei, weil es einfach ein super Betrieb ist. Also wenn du Lust auf einen vielseitigen und spannenden Job und ein tolles Team hast, dann bewirkt dich doch bei uns. Komm zu uns! Wir freuen uns auf dich!